Wir möchten einen Outlook-Termin aus Excel heraus erstellen und dann auch in unserem Kalender speichern. Und das möchten wir nicht in unserem Standardkalender machen, sondern in einem anderen Kalender, zum Beispiel von einem freigegebenen Postfach. Und wie wir auf so ein freigegebenes Postfach zugreifen und dann auch dort den Termin speichern, das zeige ich dir in diesem Video. Ich habe dazu in Outlook schon mal zu meinem Standardpostfach ein freigegebenes Postfach eingefügt und noch eine weitere E-Mail-Adresse. Also, los geht's! Hallo und schön, dass du hier bist. Wir starten in einer komplett leeren Excel-Datei. Ich habe die schon mal als XLSM-Datei abgespeichert und gehen dann direkt mal in die VBA-Oberfläche. Dort legen wir uns ein neues Modul an. Das machen wir mit einem Rechtsklick aufs VBA-Projekt, gehen auf Einfügen und auf Modul. So, und in diesem Modul schreiben wir eine Prozedur. Wir sagen also Sub, andere Kalender nennen wir das Ganze. Und dann möchten wir hier unsere Outlook-Bibliothek aktivieren. Das machen wir über unsere Menüleiste oben. Wir gehen auf Extras, dann auf Verweise. Und dann suchen wir hier erstmal nach Microsoft. Das Ganze ist alphabetisch geordnet. Und dann nach Outlook. So, und dann haben wir es hier. Microsoft Outlook 16.0 Object Library. Die Zahl kann ein bisschen eine andere sein. Wichtig ist, dass du den Haken setzt und das Ganze dann mit OK bestätigst. So, und jetzt möchten wir verschiedene Variablen dimensionieren. Dabei können wir dann auch direkt sehen, ob das geklappt hat mit der Outlook-Bibliothek. Wir sagen hier dim.o.app. Wir schreiben immer O für Outlook. Also das ist eine Outlook-Variable. App für Applikation. As. Und jetzt suchen wir mal nach Outlook. Und wenn wir das hier finden, dann weißt du, dass die Outlook-Bibliothek korrekt aktiviert wurde. Okay, wir gehen hier auf Outlook Punkt und dann auf Application. Das ist also eine Variable, die die komplette Outlook-Applikation an sich beinhaltet. Okay, wir dimensionieren noch vier weitere Variablen. Und wenn wir dann mit diesen Variablen arbeiten, gehe ich genauer darauf ein, für was wir die nutzen werden. Wir sagen hier nämlich O Namespace. As Outlook Punkt Namespace. Wir haben dim.o.empfang. As Outlook Punkt Recipient. Recipient ist der Empfänger und das wird dann der Kalender sein, in dem der Termin am Ende landen wird. Wir haben dim.o.ordner. Er ist Outlook.folder. Das ist also ein Ordner, in dem später dieser Termin gespeichert sein wird. Im Hintergrund ist Outlook nämlich so aufgebaut, dass es verschiedene Ordner gibt. Und dort speichern wir dann unsere Termine. Und wir haben dim.o.termin, damit wir unseren Termin erstellen können. Er ist Outlook Punkt Appointment Item. Okay, diese Variablen, die gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch. Zuerst möchten wir eine neue Outlook Instanz initialisieren. Und das geht ganz einfach, indem wir die Dimensionierung hier oben leicht verändern. Nach S schreiben wir New Outlook Application. Und damit ist schon eine neue Outlook Applikation gestartet, wenn wir in den Code gehen. Okay, dann möchten wir unseren Namespace genauer definieren. Und der Namespace erlaubt es uns, tiefergehend auf die Outlook Ordner und Dateien zuzugreifen. Und die sind als MAPI Dateien hinterlegt, als Messaging Application Programming Interface Dateien. Und wir möchten uns also Zugriff auf MAPI Dateien gewähren. Und das machen wir mit ZO Namespace ist gleich. Wir gehen auf unsere Applikation O App Punkt. Und dann sagen wir hier Get Namespace, Klammer auf. Und der Typ ist, wie ich das eben gesagt habe, MAPI. Anführungszeichen, Klammer zu. Okay, mit dem Namespace können wir jetzt genauer auf den Empfänger eingehen. Und den möchten wir jetzt definieren. Also wir sagen Empfänger festlegen. Wir sagen Set O Empfang. Ist gleich. Wir gehen auf unseren Namespace O Namespace. Dort. Und dann sagen wir hier Create Recipient, Klammer auf. Und hier übergeben wir als String das Postfach, das wir ansprechen möchten. Bei mir habe ich das Testpostfach genannt. Okay. Jetzt haben wir den Empfänger festgelegt. Wir haben den aber noch nicht gesucht. Und das möchten wir jetzt machen. Wir sagen also Empfänger suchen. Und das machen wir über O Empfang.resolve. Okay. Und nachdem wir den Empfänger gesucht haben, möchten wir auch prüfen, ob er wirklich gefunden wurde. Also prüfen, ob Empfänger gefunden wurde. Und das machen wir so, dass wir sagen, wir prüfen jetzt erstmal, wenn er nicht gefunden wurde. Denn dann brechen wir die Prozedur ab. Ansonsten soll sie bis zum Ende durchlaufen. Wir sagen das also mit If O Empfang.resolve. Das kann entweder True oder False werden. Wir schreiben hier noch Resolve. Also nachdem das Ganze gesucht wurde, kann das entweder True werden, wenn der Empfänger gefunden wurde. Oder False, wenn er nicht gefunden wurde. Und das beenden wir hier hinten mit And If. Wir schreiben hier noch Denn. Das heißt, wenn der Empfänger nicht gefunden wurde, dann möchten wir den Benutzer benachrichtigen. Das machen wir mit einer Messagebox. Wir sagen, der Empfänger wurde nicht gefunden. Als Buttons übergeben wir VB Critical. Und als Titel übergeben wir Fehler. Okay, und dann möchten wir auch noch die Prozedur beenden, wenn wir keinen Empfänger haben. Das machen wir mit Exit Sub. Exit Sub macht es dann so, dass aller Code, der darunter steht, übersprungen wird. Und wir dann direkt zu End Sub springen. Okay, und in dem Fall, in dem der Empfänger gefunden wurde, möchten wir einfach mit unserem Code weitermachen. Und dann möchten wir erstmal den Ordner festlegen, in dem der Termin erstellt wird. Das machen wir mit ZO Ordner. Ist gleich, wir gehen wieder auf unseren Namespace. O Namespace. Und hier suchen wir jetzt nach einem Ordner. Wir sagen Get Shared Default Folder. Wir suchen also nach einem freigegebenen Ordner. Und dieser Methode können wir zwei Argumente übergeben. Auf der einen Seite den Recipient. Den haben wir ja gespeichert in O Empfang. Und dann den Folder typen. Da kriegen wir jetzt auch verschiedene Dinge vorgeschlagen. Und wir nehmen direkt das Erste, was uns vorgeschlagen wird. Nämlich OL Folder Calendar. Also wir möchten einen Kalendereintrag machen. Okay, und dann möchten wir unseren Termin erstellen. Das machen wir über ZO Termin. Ist gleich. Wir gehen in unseren Ordner. Gehen dort in die Sammlung aller Items. Also Items. Und wenden dort die Add Methode darauf an. Und dann übergeben wir hier den Typen des Items. Und da schreiben wir OL Appointment Itemen. Klammer zu. Okay, und dann testen wir diesen ganzen Code, den wir jetzt mal geschrieben haben. Also es ist relativ viel Code. Und ich empfehle immer so früh wie möglich das Ganze zu testen, ob das schon funktioniert. Und das können wir hier machen, indem wir jetzt einmal sagen O Termin Punkt Display. Also wir lassen uns den Termin, den wir gerade erstellt haben, den lassen wir uns anzeigen. Wir führen das Ganze mal aus mit F5. So, und dann siehst du auch direkt, dass dieser Termin bei mir aufploppt. Links unten sehen wir in welchem Kalender der erstellt wurde. Nämlich in dem freigegebenen Ordner Calendar. Und das ist der Kalender, der korrespondiert zu meinem Testordner. Okay, jetzt möchten wir diesen Termin noch mit Werten befüllen. Und ich habe das in meinem anderen Video schon mal ausführlich gemacht, indem ich einen Termin für den Standardkalender erstellt habe. Falls du dazu also Fragen hast, schau dir dieses Video gerne an. In diesem Video machen wir es jetzt so, dass wir den mit den Grunddaten befüllen werden. Ich gehe dazu einmal ein bisschen nach unten. Wir sagen hier also Termin bearbeiten. Das machen wir mit der Width-Anweisung. Die Width-Anweisung erlaubt es uns, mit dem O Termin relativ leicht zu arbeiten. Wir sagen hier unten End Width. Ich mache das Display nochmal weg. Wir können uns das aber hier einmal als Kommentar speichern. Aber in unserem endgültigen Code werden wir uns das gar nicht mehr anzeigen lassen, sondern einfach nur noch direkt erstellen. Okay, was wir dann auch noch machen ist, wir gehen auf O-Termin.meeting-Status. Ist gleich, da kriegen wir jetzt verschiedene Vorschläge. Wir wählen URL-Meeting hierfür aus. Okay, dann können wir das Subject bestimmen. Das ist also der Betreff des Meetings. Wir sagen hier mal andere Kalender. Das ist ja der Auftrag dieses Videos. Wir schreiben uns hier auch hin. Okay, das ist unser Betreff. Wir haben dann noch einen Body, also den Text, der in dieser Termineinladung drin sein wird. Wir sagen hier, ich möchte über Excel VBA sprechen. So, dann sagen wir noch, wann dieses Meeting startet. Wir gehen also auf Punkt Start. Ist gleich. Und hier übergeben wir jetzt eine Datumsvariable in VBA. Das kennzeichnen wir mit einem Hashtag. Dann übergeben wir unser Datum in der englischen Schreibweise. Das heißt, hier kommt erstmal der Monat. Das ist der Oktober. Dann mit einem Slash getrennt haben wir hier den Tag. Ich wähle mal den morgigen Tag. Das ist dann der 14. 2022. Und der Termin soll um 8 Uhr beginnen. 0 Minuten und 0 Sekunden. Und vormittags, also AM. Das Ganze beende ich auch wieder mit einem Hashtag. So, und was wir dann auch noch haben möchten ist, dass wir Required Attendees definieren. Das heißt, an wen soll diese Einladung geschickt werden. Und ich definiere hier jetzt mal eine andere Outlook Mail Adresse von mir, die in Outlook wirklich integriert ist, damit wir auch sehen können, dass das Verschicken geklappt hat. Und apropos Verschicken. Wir müssen das Ganze jetzt noch mit Punkt Send verschicken. Okay, wunderbar. Du siehst jetzt hier meine drei Kalender. Links siehst du meinen Standardkalender. In der Mitte den freigegebenen Kalender, der zum Testordner gehört. Und rechts diese andere E-Mail Adresse. Und ich führe jetzt einmal unseren Code aus. Und dann siehst du, in der Mitte erscheint in meinem freigegebenen Kalender direkt dieser Termin. Der ist auch direkt angenommen. Also der wurde hier drin erstellt. Und dann siehst du in meinem anderen Kalender, dass der Termin an dieser Adresse verschickt wurde. Wir sehen, dass die Linie am Rand noch nicht durchgezogen ist. Das heißt, das ist jetzt erstmal nur eine Einladung. Und falls du mehr über Outlook und Outlook Makros erfahren möchtest, falls du genauer erfahren möchtest, zum Beispiel, wie wir Events erstellen können, die immer dann ein Makro ausführen, wenn wir eine Mail erhalten, dann schau dir gerne mein Video dazu an. Ich wünsche dir jetzt alles Gute bei deinen VWA-Projekten. Noch einen sehr schönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.